Ein Zwickelnei, in Euro gedreht, erste Wurzeln, Freispiele. Na wo Martin kommt. Schau, was du willst. Das ist lächerlich. Verlängern wär cool. Naja. Okay. 4 Euro. 2 Euro ist jetzt meine Zeit. Boah. Das ist schlecht. Und. Das ist lächerlich. 80 Euro können das schon machen. Okay, Auge. Ach du Scheiße. Okay. Sind das AGs? Ja, 5 Stück. 50 Minuten. Gott. So, wieder ein Spieletipp. Freispiele. Und Verlängerung dazu. Das ist der Tipp vom 10. Januar heute. Also, wie gesagt, SMS einfach an die Kurzwahlen. Jeden Tag neue Tipps. Also, viel Spaß, gell? Schaut her, Leute. Zack. Zack. Kurzweil steht drunter. Verschiedene Einsätze. Es gibt immer 3-4 Einsätze. Geräte. Wird alles in der SMS beschrieben. Auf jeden Fall 190. So. Bis dann, Leute. Ciao. Zander. Jawohl, sind das AG-Spiele ja, 3 AGs. Räuchten dann noch ein bisschen längerer. Ich dachte so ein schöner wie ist es ja. Ne, geht bis zum Auge. 4 Spiele noch. 5. Ja, 4. Das wär's. Das wär's. Das wär's top-date gewesen. Das wär's mies. Das wär's. So wie 30 Euro. Das wär's. Das wär's. Das wär's schon mehr machen können. Das wär's. 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 Wollton. Untertitelung. BR 2018 Ich habe schon mit Future beendet gehabt. Untertitelung. BR 2018 Das ist ein Ritz. Wir reden für vier Euro. Das ist auch vier Euro. Das ist eine Frechheit. Das sind mehr 7 AGs. 70 oder? Das ist eine Frechheit. Das ist eine Frechheit. Das ist eine Frechheit. Das ist eine Frechheit.